Datenskandale, grossflächige IT-Ausfälle und die Einführung strengerer Datenschutzbestimmungen rücken Cyber-Risiken zunehmend in den Blickpunkt der Unternehmen. Erstmals belegen sie in der Schweiz den Spitzenplatz, noch vor Betriebsunterbrechung. Dieses Ergebnis zeigt, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, an dem Cyber für Unternehmen genauso wichtig oder sogar noch wichtiger ist wie traditionelle Risiken. Neue Risikomanagementlösungen, Analyse-Tools und innovative Partnerschaften können dazu beitragen, die Vielzahl moderner Risiken besser zu verstehen, zu mindern und Verluste zu vermeiden, bevor sie auftreten. Wir helfen gerne! Datenskandale Vielen Dank!